Der E-Tech City Laser Grip 774. Dieses Pyrometer bietet dir eine beeindruckende Palette an Funktionen, die normalerweise von einem Hochpreisgerät erwartet werden. Daher ist es äußerst vielseitig und findet Anwendungen in Haushalten, Hobbys und Berufen gleichermaßen. Besonders lobenswert ist seine Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und insgesamt das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis. Die UV-Lackschicht auf dem Gerät macht es widerstandsfähig gegen Kratzer und andere Verschleißerscheinungen. Mit diesem Modell kannst du Temperaturen kontaktlos in einem beeindruckenden Bereich von minus 50 bis plus 380 Grad Celsius messen und das mit einer Genauigkeit von plus minus 2 Grad Celsius. Obwohl die Temperaturspanne leicht unter dem Durchschnitt liegt, erfüllt die Genauigkeit die Erwartung für ein Pyrometer im Consumer-Bereich vollständig. Das Verhältnis der Distanz zum Messpunkt beträgt 12 zu 1, was ebenfalls dem Standard entspricht. Die Reaktionszeit von 500 Millisekunden und eine Auflösung von 0,1 Grad sind ebenfalls beachtlich. Das beleuchtete Display ist übersichtlich gestaltet und bietet nützliche Funktionen wie eine Warnung bei schwacher Batterie. Sie haben sogar die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung nach belieben ein- oder auszuschalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das E-Tech City 774 aus der preislichen Unterklasse ein echter Alleskönner ist, der mit einer beeindruckenden Leistung und Funktionen aufwartet. Seine Präzision, Benutzerfreundlichkeit und das attraktive Preis-Leistungsverhältnis machen es zu einer hervorragenden Wahl für den Einsatz im Haushalt, Hobby oder Beruf. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.